So, und herzlich willkommen zur, ja, für diese Woche letzten Episode, Map von Call of Doom. Yes. Sehr schön. Und los geht's. Ach ja, die Map, wo man am Anfang gleich von allen Seiten beschossen wird. Aber wir haben ja unsere Stealthy-Waffe. Das geht hier ja ab. Ähm, ja, komm. Dann gehen wir erstmal da hinten hin. Wurzeler. Sag mal, wo kommst du denn her? So. Ähm. Sollte es hier eine Masse für Ruhe sein? Natürlich nicht. Ja, wo denn? So, mit dem roten Karten, die Verwärter aufnehmen, warten wir mal, bis die Tür wieder aufgegangen ist. Alles andere wäre relativ dumm. Bis dahin, sollen wir hier, äh, sammeln wir hier mal die Position auf. Ah, sehr schön. Hilfe! So, und dann, oh, verbreitet, speichert. Geht's ab. So, die können die Linie da hinten ja nicht übertreten. Das ist zu unserem Vorteil. Das ist zu unserem Glück. Das war einmal voll daneben. Das war einmal voll. Diese pinken, was ist los mit denen? Haha. So, dann haben wir soweit endlich mal hier den Raum abgeschlossen. Dann geht's ab zum nächsten Bereich. Ja, schön. Hallo? So, hier runter gehen wir aber noch nicht. Das heben wir uns einmal für das Ende der Map auf. Da gibt's ja schöne Boni. Okay. Okay. So, geht's! Das war's. Schon fertig? Wow! So! Guter Treffer. Gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so schlecht. Guter Treffer. Guter Treffer. Guter Treffer. Guter Treffer. Guter Treffer. Hallo! Guter Treffer. Wurde ich nicht. Wurde ich... Jetzt wird's eklig. Sehr schön. Was bist du eigentlich? Kann es sein, dass du diese legendäre Waffe bist, die ich die ganze Zeit schon suche? Ja! Ach, leck mich doch am Arsch. Meine taktische Schroffpinte. Leck mich am Arsch. Hab ich gerade eh schon gedacht, ne? Kann das sein? So, dann haben wir die auch mal. Ich weiß immer noch nicht, was das eigentlich ist. Kann das sein, dass das so eine Claymore-Mine ist? Nein. Nein, das ist also keine Claymore-Mine. Dann vielleicht... C4? Nein. Auch nicht. Sag mal... Hm... Was könnte das denn sein? Hm... Egal. Was ich nicht weiß, macht mich nicht scheiße. Wobei es ja eigentlich genau andersrum ist. Gerade Sachen, die man nicht weiß, machen einen verrückt. Was ist das denn? Ja. Ja. So, hier machen wir mal wieder einen auf leise. Alle weg, alle weg. Dann gehen wir auch mal ganz schnell weg, bevor unsere Rüstung hier aufhört zu funktionieren. Sehr schön. So. Habe ich nachgeladen? Ja. 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 Ich schwelge, ich gehe das. Ja. Ja. Ich schwelge. Ja. Ja. Das war's. So, wir haben auch schon aufgeräumt, sehr schön. Achso, siehst du, wir haben vergessen, das Ding da hinten zu holen. Egal. Braucht keine Sau. Ich hab doch nur noch auf das Fass gezielt. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Ja, ich versuche die Fässer mal nicht umzuschießen, weil die würde ich gerne für einen kleinen, wunderbaren Trick aufheben. Gut, hier ist alles weg, sehr schön. Und zwar schieben wir jetzt einfach mal alle hinten in die Ecke. Tut was? Ohne abzurutschen, bitte. Dankeschön. Das Problem ist immer, ich weiß immer nicht genau, wo die Tür ist, also wo die Tür genau ist. Deswegen am besten Schulbrett verteilen. den Rest... Wow, Alter. Der Rest macht den da sträuf. Hallo? Hör mal. Kannst du bitte hier, äh... Geht doch. So müsste es ungefähr passen, keine Ahnung. Und jetzt, äh... Lady and the Man. Oh mein Gott. Gott, mmh... Ein Festmahl... Sehr schön. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommen die Pinkies, dann nehme ich am besten auch mal eine Schrotflette. Und Ruhe ist. Sehr schön. So, dann hole ich jetzt nur unsere Teekwitter ab. Wo ist der Aufgang? Auch die Aufhängigkeit ist schon wieder zu, Alter. Danke. Achso, siehst du, da waren wir auch noch nicht drin. Hier gibt es aber leider auch nicht wirklich viel. Außer Sachen, die wir eh schon haben. Aber hier hinten gibt es Munition, äh, Rüstung und Health. Sehr schön. Vielleicht mal gucken, ob alle Waffen hier nachgeladen sind. Sehr gut. Achso, ein Ringmagazin. Gut, dann haben wir eigentlich alles. Dann sind wir eigentlich für diese Folge auch schon fertig. Und damit auch für diese Woche. Wunderbar. Mit hier. Ist einfacher. So. Jump, jump, da da. Aua. Perfekt. Tja, und die Map, die finde ich persönlich von der Optik her schönste Map, erwartet uns für nächste Woche. Sehr gut. Computer Station. Computer Station. Bis dann.